Hey Leute und herzlich willkommen zu meiner Gewinnspielauflösung! So, wir haben hier den YouTube random comment picker und der wird einen random comment picken. Ich habe jetzt hier schon den Link zum Video kopiert und wir werden jetzt mal die Kommentare laden lassen schon mal. 391 Kommentare plus Antworten in 4 Seiten. Okay, es sind 587 Leute gefunden worden und ich habe jetzt die Wahl zwischen random pickwinner oder pick the most like, waste and comment und wir werden natürlich, damit es fair bleibt, einfach einen random Gewinner auswählen und ich bin gespannt. Und das Kommentar, das gewonnen hat ich... Oh Gott, ich kann meine Maus bewegen. Ich hau hier gerade auf meine Tasse zu, warum meine Maus bewegt sie für sich cool. Der Gewinner, der gewonnen hat, der User, der gewonnen hat, ist Happy Muffin. Ich finde es super, dass du so etwas machst. Danke. Gewinnspiele finden alle super. Ich verfrage dich und deinen Kanal schon seit mehreren Jahren und ich liebe einfach deine Videos. Ich kommentiere leider nicht so oft, wie ich gerne möchte, aber ich wollte nur mal sagen, danke für die schöne Zeit. Egal ob Happy Reels, Minecraft Sims, Jandere, Outlast, Scribblnout? Scribblnout? Wir haben schon ausgesprochen, keine Ahnung. Oder Resident Evil. Du unterhältst mich und viele andere Leute jeden Tag aufs Neue. Danke dafür. Mir ist es egal, ob ich gewinne oder nicht, aber ich wollte dir das einfach mal sagen. PS, ich würde mich aber dennoch freuen. Ich finde dieses PS geil. Und der User hat auch nur zwei Kommentare gestrieben, das sieht man ja oben. Er hat nur zwei Kommentare gestrieben, das finde ich eigentlich richtig cool, dass halt dann so einer gewinnt und nicht so Leute, die einfach 180 Kommentare reingespammt haben, weil ich schon gesagt habe, es soll ein sinnvolles Kommentar sein. Und ich finde 74 ist nicht sinnvoll. So, dann, ja, ich würde mal sagen, guck jetzt einfach mal in deine YouTube-Nachrichten. Ich habe dir schon geschrieben, wenn das Video jetzt rauskommt. Und, ja, es würde mich freuen, wenn du mir antwortest, weil dann kann ich dir, ja, das Spiel geben. Also, viel Spaß damit. Und dann alle anderen nicht traurig sein, es wird wieder Gewinnspiele geben. Ihr habt alle auch die Chance, irgendwann was zu gewinnen. Und außerdem, kauf meinen Scheiß!